so leute die paktbeschwerung ist da lasst uns ins portal schauen und gucken was sie da wieder rausknallen wir haben natürlich neue helden wen wir schon kennen ist louis wen wir schon kennen ist levena kliva kennen wir und auch kai kennen wir die sind alle gut vor allem louis hier mit der bonientfernung kliva jetzt naja auch sehe ich auch ab und zu mal der fiend ist übel von ihm wenn du den nicht weg kriegst dann hast du schon ein problem und kai ist halt sehr schnell und auch mit dem fiend also die sind schon echt gut ne dann haben wir hier thunderclap thunderclap ist gelb kämpfer klasse familienbonus jungle hunter mit den genialen passivs hier und hat 813 angriff 826 schild und 1472 lebenspunkte schauen wir uns das ganze mit limit break an ja ein bisschen wenig leben hat er einen phänomenalen angriff mit 1103 dann mein lieber freund das ist schon also angriff und schild sind monster mäßig naja die sind echt gut dann hier war sie of the jungle ok der wirker bekommt auch das langsam ok der wirker bekommt taunt für fünf züge ok also verspotten für fünf züge und regeneriert nur er regeneriert 1250 boosted health über fünf züge das ist enorm dass wenn er ausgelöst hat im rush wird das sehr sehr schwer weg zu kriegen über fünf züge teilen wir das ganze durch fünf 200 lebenspunkte knapp bisschen mehr das ist schon kräftig ne und dann macht er 500 bis 1000 schaden auf alle nach diesen fünf zügen und der basiert auf dem schaden den er in diesen fünf zügen gekriegt hat also kriegt man den nicht weg innerhalb von diesen fünf zügen könnte ich mir gut vorstellen löschte das team aus weil man hat ja dann auch schon schaden gekriegt in fünf zügen im normalen fall im rush das ist ein rush monster ein absolutes dann kriegt auch noch stacks da kriegt er 25 prozent attacke gegen schatten ja und wenn das hochstackt lass es dreimal hochstacken oder vier ne dann ja das ist das ist ein absolutes rush monster da brauchen wir nicht drüber reden also der ist wirklich super für rush absoluter ludwig konter dann haben wir sorrow sorrow ist blau hier sorcerer class icebound ritual okay alles klar gleiches passiv jawohl 846 angriff 819 schild und 1420 17 lebenspunkte auch hier die lebenspunkte nicht über diese 2000er marke die wir oft sehen aber ein granaten angriff und mega schild okay mittlerer hält und er beschwert einen minion für sich selber und nahe verbündete mit 15 prozent hp und 30 prozent attacke äh die er vom wirker erbt wenn er den minion beschwört dann hat der wirker und die nahen verbündeten also weil er die ja für drei beschwert plus 45 attacke durch den minion also wenn der weg ist grimmelt drüber die minions sind weg fällt das flach ne die attack increases by 5% each turn up to 60% okay das kann hoch scalen bis 60% okay ja gut okay und wenn er entfernt wird gibt es 135 schaden auf alle ja 135 schaden bei einem attack wert von 846 sind schon gut ich glaube einschätzen zu können dass das nicht op ist das ist gut aber nicht op die in der dev gesehen ist es wahrscheinlich schon recht gut aber ja ich weiß nicht das gefällt mir irgendwie nicht man müsste halt von vornherein ich würde den mit bera anspielen wird den also minions verhindern und dann ist er draußen ne weil alles was er macht äh basiert halt auf die minions also nichts besonderes was haben wir sonst noch hutmacher chameleon immer noch nicht geleveltes chameleon mein internet kackt grad ab lucky luck sargasso jawohl und dann keine kostüme für die ganzen season 1 helden also bunt gewürfeltes zeug hier durcheinander wenn ich gern hätte ist louis hier der ist zwar mittel aber den hätte ich gern levena habe ich eine würde ich keine zweite mehr maxen Kai hätte ich auch sehr gerne und das war's schon ihn brauche ich nicht wäre natürlich verraschende bereicherung aber hey ich bin in rush mittlerweile relativ äh okay aufgestellt ich habe keinen ludwig nein habe ich nicht aber äh so ist es halt man kann nicht alles haben das wäre in dem spiel ja zu arg okay und mehr haben wir gar nicht wir haben diese season 1 helden einen atomos und einen boss wolf der boss wolf der kriegt äh also in der beta ist ja gesagt worden dass er einen buff kriegt aber es ist halt sehr langsam ne nur rush und sonst haben wir einen Haufen Schrott man kann hier gar nichts erwarten wirklich gar nichts wie sind die Quoten 1,6% auf einem gefeatureten mach mal die die vier ne da wird nichts gekauft oder so ich glaube ne ach guck mal wir haben noch einen vier sterne held fast vergessen knuckles knuckles ist paladin hat den gleichen familienbonus monster hunter und when this character casts a special skin they get also attack up und ja okay das kennen wir aber okay dann ist der junge mit 626 angriff 669 schild und 1402 lebenspunkte schaut euch mal die lebenspunkte an 1402 sie hat 1417 und er hat 1472 also das gar nicht so viel weniger die sind von den lebenspunkten her nicht übertrieben aber halt die haben ein mods schild und ein mods äh ein mods angriff Entschuldigung jetzt suche ich den kerl wo ist er denn boah da sind ja viele schrotthelden drin also was heißt schrott aber halt helden die wir ribbit okay ne bugart na wo ist er denn wo ist er denn gott oh gott da kannst ja echt alles mögliche ziehen in dem portal ne und in der regel ziehst du eine belit und ein tirum genau okay ich geh nochmal raus ich kann ihn nämlich nicht finden ich kann ihn nämlich nicht finden ah numskull okay also sie haben ein paar dreier und vierer dazu gemacht bei knuckles war mal knuckles in mittel jungle repose also ja gegenschlag ne zurückwerfen alle verbündeten erhalten plus 30 prozent defensive und eine weitere drei prozentige erhöhung jedes mal wenn sie während vier zügen getroffen werden plus 30 prozent defense ab okay und alle verbündeten reflektieren status veränderungen und negative stacks für vier züge zurück auf die angreifer und das kann hochstacken maximal 10 der caster gets plus 20 prozent attack against the weaker element okay also gegen feuer steckt hier der attack wert hoch ja also ich kann jetzt da nichts besonderes erkennen mach mal numskull numskull ist kämpferklasse hat hier ein anderes passiv okay okay hm 671 angriff 667 schild und 1289 lebenspunkte the cracked skull strike in langsam 100 prozent schaden auf alle und der bone skull minieren für alle für alle verbündeten mit 12 prozent lebenspunkte und 15 prozent attacke und jetzt ist er weg okay okay und wenn der entfernt wird oder oder äh 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 zerstört wird dann gibt's 55 schaden auf alle finde ich jetzt auch nicht nicht äh krass krass gut in langsam weil wir haben halt nicht zu viele minions äh im vier sterne bereich wird man ihn im fünf sterne bereich mitnehmen im minion krieg oder so ja minion krieg wär halt nicht langsam ne äh wär halt nicht schnell von dem her bringt er da nichts ich finde der ist mäh okay dann haben wir einen drei sterne helden und zwar seda ja weitläufer klasse hier könnt ihr selbst lesen 535 angriff 477 schild und 729 lebenspunkte was im drei sterne bereich nicht so schlecht ist titan bone chain slash okay alles klar gut äh mittlere mittlere geschwindigkeit und 175 schaden auf alle ich hasse das das spiel das hat solche flaws äh 175 schaden auf alle alle feinde bekommen minus 15 prozent äh genauigkeit und nochmal zwei prozent drauf also genauigkeit minus genauigkeit drauf wenn sie während vier zügen jedes mal wenn sie während vier zügen getroffen werden bis zu 35 prozent genauigkeit ja in mittel also kann im drei sterne bereich schon schon gut was machen vor allem 175 auf alle ne diese multi hitter sind ja im drei sterne bereich schon nicht schlecht und die ungenauigkeit dazu 15 prozent ist ist nicht krass viel aber diese drei sterne kämpfe die dauern ja in der regel ein bisschen und dann kann es halt schon sein dass es hoch hoch scaled ne und dann bei 35 prozent kann es schon sein dass der ein oder andere hit dann halt daneben geht und dann bekommt er auch ein stack und zwar plus 20 prozent plus 20 prozent attacke gegen schatten ja also ich weiß gar nicht was ich groß sagen soll ich finde die nicht op oder so ja die sind schon gut er ist echt gut im drei sterne bereich weil er halt alle trifft plus wenn der kampf halt länger dauert diese ungenauigkeit die kann dann schon was ausmachen allzu viel wird es nicht ausmachen wie das sich verhält muss man sehen ne aber schöne werte hat er wirklich schöne werte okay und das war's mehr ist nicht neu machen wir die vier beschwörungen da wird nichts bei rum kommen aber das sind wir ja gewöhnt einen falken einen falken werde ich nicht mehr leveln kein zweites mal also ich habe einen der ist bewappnet und voll auch merlin habe ich einen da habe ich kein kostüm deswegen werde ich den nicht leveln und nüscht nüscht basil basil habe ich noch nicht gelevelt habe ich schon aber ja einen zweiten brauchen wir da auch nicht wirklich schade ich hätte gerne einen von den neun einfach um ihn zu haben person answer okay und schade gut das soll es gewesen sein Leute für 400 ehm diamanten mache ich ja keine beschwörung auch wenn ich gern äh hier Louis hätte oder Kai Kai wäre schon geil ne sehr schnell aber ich mache jetzt meinen Atos fertig danke fürs Zuschauen, haut rein bis dann, Grüße gehen raus, euer Eskar